dann bleibt nur noch ein level nur noch ein level so okay bin schon gespannt spuken die gruft mal schauen wie das aussieht klingt auch schon mal interessant und das portal ist auch interessant okay wir haben es bald das finale bald ist die zauberin dran bald ist sie dran so was sieht echt interessant aus so was geht hier ab spukende gruft doch da los flieg schnell ich will das sehen interessant noch passend für uns hier ist das rätsel ich habe keinen deckel weder schloss noch scharnier doch bin ich ein gefäß und ein schatz ist in mir was bin ich okay was bin ich kann man schauen wir es mal kaputt machen okay ja was ist das denn kann man schauen das rätsel wie genau können wir das jetzt lösen was sollen wir hier tun hoch ja was willst du denn ja was willst du denn gewahrt ich habe das rätsel das haben wir schon gelöst los haben wir geschafft durchschmeißen okay ja wie können wir den los werden okay gut da haben wir das da tun interessante gegner hier die sind interessant ja wie können wir die los werden was können wir da tun die sind zu stark leider zu stark okay da geht das auf gut aber warte mal ich habe keine Ahnung glaube die können wir nicht kaputt machen glaube ich nicht wir müssen hier wohl erstmal weg hier ganz schnell weg hier wir brauchen hier wohl super flamme oder sowas irgendwas okay können wir nicht kaputt machen schade die spawner hier das ist auch nix okay interessant ja macht ihr mal okay bis jetzt interessantes Level das rätsel war bis jetzt noch relativ unwichtig aber mal schauen ob das hier noch was wird hm ob da noch was kommt okay einmal hier so okay mal interessant hm verdammt ah ich wollte das da so ich war zu gierig ja komm das war nicht mal getroffen wenn sie faschen die Hitbox ja ganz toll eine ganz tolle Hitbox ist das wow okay einfach Edelsteine sammeln und dann weg alles klar Spiel ist auch eine tolle Hitbox nein sie wird oft gestorben hm ha bitte okay halt's Maul natürlich kein Speicherpunkt dies klar hm okay ist nicht mehr cool so so das Level ist jetzt nicht mehr so schön das ist echt komisch man ich ich steck dir fest okay das Level ist jetzt echt nicht mehr cool das ist ja ziemlich nervig sammle ein und hm so na hat nicht gefressen man Sparks holy shit na kannst du das kann ich jetzt vergessen toll gemacht Sparks hat uns nicht gefressen okay das Level ist kacke ach na schön ach na schön na hat's Maul ich geh nach Hause jetzt tschüss ne ich mach was anderes ich mach jetzt eine Aufnahmepause bin auch schon 5 Stunden dran und ja hab gedacht ich würde noch das Finale erreichen aber es dauert wohl doch länger und ja hier brauche ich wohl von der volle Energie um diesen Scheiss hier durchzustehen ok ja dann Aufnahmepause bis zum nächsten Mal beim Finale dann ja es gibt doch nur so einiges tja ok ja bis dann und ciao so ja wir kommen zurück zu Spyro 3 diesmal wirklich die finale Aufnahme ja es hat ja noch ein bisschen länger gedauert als gedacht vor allem diese setzende Level hier ok machen wir das hier schnell ja schon wieder so wir sind so viel Abenteurer und wir kommen immer wieder ok das ist echt ein nerviges Level hier so mit komischem Rätsel was irgendwie nichts bringt Typen die man nicht töten kann so die aber zum Glück nicht treffen ja ok die sind cool so aber sonst ja was machst du ok mach die Tür hinter mir alles klar so ja und was so schlimmer ist so einmal weg da diese Scheiss Stelle hier ja komische Steine mit komischen Hitboxen ist alles komisch ok aber ich mag dieses Level nicht nur deswegen so schnell einsammeln los bin ich ja sicher ok gut hier bin ich sicher ja und hier bin ich auch nur gestorben weil ich die Edelsteine haben wollte und jetzt auf einmal fallen die nicht mehr ist klar ja was was mit komisches Design hier komisches Grab hm und ich hoffe wir bekommen hier bald Superflamme oder was auch immer um die hier töten zu können das wäre schön ja die Nerven so schön schön doppelt ok Sekunde ne geh weg ok ich muss da hoch ach man ok was ist das oh halt das Maul jetzt geil ok wo kommt das denn her ach kommt das von denen kann man die so besiegen ok jetzt bin ich verwirrt warte mal geh doch mal weg hm ok keine Ahnung wie das funktioniert so Christine du bist frei ach schnell weg hier ich weiss nicht zum weinen das hier ja würde ich am liebsten auch aber ich muss stark sein so hm ok wieder eine Rutsche das ist auch interessant jetzt kommt das wieder ok wo war denn hier der Schalter wo habe ich das denn nicht gesehen der die das Schalter hä was denn jetzt was soll ich jetzt tun hm ok ok äh so das war ach so das ist der Schalter hier ja nein hm so toll Sparks hast du nicht gefressen ganz toll jetzt drück jetzt nicht weiter hinaus verdammt bring mich schnell hinter uns dann können wir das Finale angehen hey wieso hat das nicht gezählt toll ich will jetzt noch so richtig lange hinaus zögern so das Level war es wir sind am Ende wir haben es fast geschafft und dann kommt das hier noch um das Spiel noch weiter in die Länge hinaus zu zögern ach nein das machst du nicht Schnauze ach was für ein Scheiß ist das denn ok warte mal halt das Maul so jetzt aber ein anderes Timing hier Schnauze jetzt ach natürlich kommt das jetzt wieder die komischen Steine ist ja ganz toll ja gib das hier Schnauze ok so kann man die besiegen alles klar von denen ja das habe ich aber nie gesehen das habe ich aber echt nie gesehen das ist ja ganz toll so schnell ok so kann man sie besiegen alles klar ja man muss auch hier auch erstmal entdecken dass die das droppen nach dem Schmeissen so äh schnell bringen wir sie hinter uns ich will gegen die Zauberin kämpfen so ich will so danke schön ja wollt ihr ja nicht einsammeln halt das Maul ok schmeisst du das mal danke schön und jetzt geht das kaputt so dann müssen wir auch noch kaputt machen mhm na komm ran und Schnauze so schön getroffen gut dann müssen wir nachher nochmal zurück und dann auch zuerst diese Sarkophage töten das müssen wir auch noch tun ok was haben wir hier gehen wir hier zur Rutsche nö irgendwas anderes dämliches noch so dämliches Minispiel zum Schluss gleich beginnt die erste Runde des alljährlichen Luftkissenboots Demolierwettbewerbs noch nö für alle Teilnehmer ist noch Platz aber erst musst du ein Rätsel lösen ach natürlich ok was für ein Rätsel das Rätsel lautet wenn ein Drache in zwölf Jahren ein Ei legen kann wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier hm äh immer noch zwölf hm zwölf Jahre beeindruckend das stimmt viel Glück beim Luftkissenboot Demolierwettbewerb das stimmt ja gar nicht wir sind würdig wir haben uns als würdig erwiesen das ist ja schön ja so viel Mathe konnte ich noch gerade so sonst war nicht so ok machen wir das so noch Runde 1 das wird ja noch besser hier das wird ja noch richtig besser ok ja die Penner verstecken sie aber wir können hier höher zielen verdammt ja die können natürlich da nach oben ziehen ist klar die können es so Schnauze ah wo sind hier die anderen Penner wo sind die anderen Penner da versteckt sich einer oh die Steuerung ist auch beschissen ja fahr schön rein Steuerung ist ja richtig beschissen so na also das war ein wirklich wilder Kram nimm diesen Preis hier für den ersten Rundensieg ja das war wirklich wild toll auch MJ ok wird mal Rapper ja das sieht auch so aus du kannst jetzt die Meisterschaftsrunde antreten aber der Sport ist wirklich gefährlich darf ich dir nahe legen aufzuhören während du noch unversehrt bist hm ja ne lass mal darfst du nicht man oh man du bist wahrlich ein tapferes Reptil hm aber für den Meisterschaftssieg brauchst du mehr als nur Mut so so ok was brauch ich noch einen geraden Schuss für einen Lupfer achso das muss ich drücken ok ja das hab ich nicht gelesen das hab ich nicht gelesen ok so funktioniert das alles klar ja gehst du so ernst na warte warte können wir den treffen schau dir die Hickbox ist echt komisch von dem Teil ok hm schade da ich war nur die Folge heilt das war sehr nett spiel und das ist ein dämliches wenn ich spiele am Ende ach das allerletzte und dann haben wir es hinter uns dann gibt es nur noch Bosskampf das wird schön ja du kannst die Schnauze halten so das kannst du und ich kann hier schießen und gewinnen am besten jetzt ja wow bis ich hier mal gezielt hab ah die Steuerung ist auch beschissen bis der sich hier mal umdreht oh das ist etwas für ein Scheiss ja und die Hickbox ist auch 1A natürlich das da trifft er jetzt die Wasser nicht ist klar aber ich treffe ihn noch 10 Meter weiter ah ist das ein beschissenes Minispiel das Level ist echt so kacke naja ich seh schon warum das als letztes eingebaut wurde ich seh schon um noch einmal richtig zu nerven wie bitte ah leck mich doch da kann man hindurch schiessen klar kann man das klar kann man das natürlich kann man das so Schnauze ja bis der hier mal zurück geht ok vielleicht soll ich das da mal nutzen den Boden wiesch äh Animation ja move noch keine Ahnung anfrage was saugrobotermäßiges so du 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 saugrobotermäßiges komm raus du stück dreck hm 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 na jetzt gehen so viele Leben flöten nur für so einen Scheiß so viel Störberei halt's Maul ja nur noch 12 wir haben nur noch 12 so Dauerfeuer halt's Maul nö 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 jetzt wird ausgewichen jetzt wird meisterhaft gespielt hab kein bock mehr auf diesen Scheiß jetzt wird meisterhaft gespielt also Schnauze jetzt so schon frühzeitig schießen jeder kommt da hin so jetzt kommst du raus ja natürlich kommst du da raus Mann ich war doch ausgewichen du stück dreck die beschissene Hitbox hm nicht getroffen da kommen sie faschen das war doch weit genug weg ja diese dumme Hitbox wie scheiße ist das denn ok war hier nicht irgendwo Leben oder wurde das hier nicht aufgefüllt ist auch nicht bestimmt ist das los wurde so scheiße designt dass das Leben hier nur einmalig ist was für ein Bullshit und würdest du dich mal bitte hier umdrehen Dankeschön so jetzt kommt das wieder ja hat's Maul so ja man kann auch einfach hindurch schießen einfach hindurch schießen ne so komm ran ich brauch Leben komm ran einmal umdrehen nur noch eins und dann haben wir den Scheiß hier ich hoffe das war's dann so genug meine Spiele gespielt es reicht jetzt auch langsam es reicht jetzt ist genug so ist mir egal das war wirklich ein Jahrhundertkampf du bist der erste Drache seit über tausend Jahren der den Sieg davontritt ich darf dir stolz den diesjährigen Preis überreichen und war das dann hier kein tausendkampf ach egal was auch immer so TJ noch ein Rapper das ist ja schön zwei Rapper haben wir zwei Drachen Rapper also bestimmt auch interessant okay schnell weg hier das hätten wir hinter uns und wir haben sein zukünftigen Drachen Rapper gerettet das wird schön so dann geht's dann richtig ab in der Drachenwelt so da gibt es dann so viele Talente das wird echt schön so okay noch angehend eine neue Action alles klar dann können wir uns dann schön beruhigen so das wird schön na los es ist Laserzeit ja ja hm so hm ach okay hier ist die Rutsche ja warte wie ich sehe hast du die Prüfungen in den Katakomben überlebt mal sehen ob du genauso schlau wie schnell bist erinnerst du dich an das Rätsel? hm ich habe keinen Deckel weder Schloss noch Scharnier doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir was bin ich? hm ich habe keinen Deckel weder Schloss noch Scharnier vielleicht eine Wasser äh Schatztruhe Beuteldach ein Ei Knochen ein Ei hm kanntest du das schon? ich hätte nicht gedacht dass du es knackst aber gut abgemacht ist abgemacht du kannst das Drachenei haben das ich vor der Zauberin beschützt habe ah gut so guter Mann guter Geier das ist echt ein Schatz darin so mal schauen will will haben hm ok ist ein komischer Schatz ich habe siebentausend Jahre lang darauf gewartet dass jemand das Rätsel löst jetzt kann ich endlich zum Muschelstrand und ein paar Knochen vergraben ok viel Spaß na mach du mal ja klingt nach sehr viel Spaß und was worauf man so lange warten kann ok dachte schon da war wohl eine Watteschlange da vorne zum Muschelstrand ich habe alles auch Urlaub angesagt so Strandurlaub ok jetzt hier nicht verkacken na ist jetzt hier ein bisschen schneller genau äh und schon wieder gestorben geil das macht Spaß ok so kann man eine Rutsche auch schwerer machen wenn man einfach schneller rutscht na ist ja ganz toll und das eine Herausforderung nennen ja nur noch 11 ok wenn das so weiter geht dann haben wir nachher noch nur noch 0 Leben oder 2 oder 3 bis zum Endkampf na ist wieder echt toll ok so kann man hier ein bisschen bremsen das ist ja schön ja schön einsammeln ok melken es ist echt mittendrin das passt so und so sieht das auch aus das passt 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 Vielen Dank.